Das ist das erste Mal im Leben, dass ich so am Arsch der Welt stehe. Naja, laufen ist ja beschließlich gesund. Tanz, Nella! Ich bin schon da mit Zigarette und gebrochen. Deine Mutter mag Enten. Am liebsten ist sie sauer. Guten Morgen. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sein Name ist Galuigi. Kein Schwein kennt ihn. Wir müssen hier im Europapark. Wie immer. Keine Hobbys. Läuft. Mit den ganzen Spacken hier. Hallo. Wo sind Spacken? Oje, ich bin so aufgeregt. Finde ich, Herr Kim. Fernsehen. Finde ich, Herr Busfahrer. Was ist los? Finde ich, Herr Busfahrer. Ich verstehe Sie nicht. Ob Sie ja Busfahrer sind. Ja, warum? Komm, bitte die Tür öffnen. Lpletten. An dem Sinne. Hahaha. Oh. Ah. inströr Ooohhh. Beeh? Ah,strömmer. Sieht noch gut. ok? Jesus. Musik Scheissasi! Handy sucht die! Ja, so ein Scheiss Handy sucht die's! Vor allem wenn sie noch tätowiert sind! Der ignoriert mich! Ignorier mich nicht! Das ist ja ähnlich! Das war ein Alkohol! 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 Das war ein bisschen geklaut! Kaputt gemacht! Haha! Wie so ein Kevin! Wir haben bei Alina mal die Linken im Internet vorgestellt! Die Norte! Die Norte! Das war ein Alkohol! D21B! Das war ein Alkohol! Ja, so ein Alkohol! Das war ein Alkohol! Was ist das denn? Tanja, erzähl mal, was machen wir denn hier? Das ist ein Fotoshooting mit den... Fotoshooting mit den... Stars von der Eis-Show Eis-Show Genau Sie hat es auf Spitzendeutsch erklärt Ich sage schnell, ihr wisst bestimmt nicht, was wir meinen Ich glaube, wir haben das Bild Was ist denn, du? Was ist denn, du? Du hast schon nicht aufs Bild, du? Popcorn Alter, da liegt die Frau Der schockt mich irgendwie WTF Nur wir sind zu Hoppilos und stellen uns Schweizer Popcorn an, wenn es voll ist Die ganzen Konsorten Und da kommen sie! Und das geht Ich bin ein Und das geht Was hieß das? Ganz ehrlich, das letzte Mal mit dem Film war ich in der Show mit dem Charles, was er ja neben mir ist. Aber er machte es nicht, dass er nicht sehen hätte, man soll hier nicht gelaufen. Und warum sagt er das? Also er hat diese eigentlich hier mal, das MGL-Mitrientor, aber sonst hat er nichts. Die war überhaupt nicht jetzt die Filme. Ja! Hat er nicht gefilmt. Hat nicht funktioniert. Hä? Hat nicht funktioniert. Scheiße, ich muss noch mal machen. Und wenn er... Oh! Ja, ich muss noch mal machen. Ich hab mich auf den Film gesteckt. Ich hab mich auf den Film gesteckt. Ich hab die noch mal gemacht. Das war beim Film! Was kriegt ihr jetzt von den Zoffen? Fisch-Kräten-Zoffen? Fisch-Kräten-Zoffen, ja. Was sieht, wie er am Ende aussieht. Und hier das Endergebnis. Sehr sexy, sehr sexy. Ah, sind schon ein, keine Freundin. Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie, die Leute gehen nach Hause. Und da vorne sieht man Franzosen. Man sieht sie nicht nur, man hört sie. Das war ein eher komischer Tag im EP. Ich habe mehr von der Gruppe gefilmt als andere vom Park. Aber es ist mittlerweile hier eigentlich nichts Neues. Wir gehen jetzt langsam Richtung Parkplatz. Die merken nicht, dass ich filme. Vor allem die zwei da. Die zwei da! Ah! Was spielt uns? Ah, du filmst? Ich bin YouTuber? Ja, ich bin YouTuber. Das ist das Scheiß. Für YouTube. Für YouTube? Ja. Oder mal Video? Klippisch. Klippisch! 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 Musik Ich sollte auch vor meinen Schlüssel rausholen, scheiße